Ich habe mich für das Ballett verrauchten. Ich habe mich für das Ballett verraten. 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 Geht es jetzt richtig los mit den Sicherheitskontrollen? Ja, naja, geht es los, ja. Machen Sie doller diesmal. Gut, Wolfgang, ich muss gleich weiterarbeiten. Ich muss was machen. Ich habe einen Auftrag gekriegt. Ja, nein, einen eigenen Auftrag. Aber ich muss was tun. Ich muss das machen. Einen eigenen Auftrag? Ja, ja, ich muss das machen. Hier, nimm mit. Danke, bis später. Weiter geht's. Ich brauche den Schlüssel hier für das Schloss erstmal. Das ist ja schon seit zwei Jahren nicht mehr aufgemacht worden. Da ist er. Gut, dann gucken wir mal. Da muss er das Werkzeug natürlich rausnehmen, weil der Koffer, der stützt sich ja auf die Achse und deswegen, der rutscht ja dann alle drunter. Also, Werkzeug muss raus. Werkzeug raus, ausräumen und dann. Jo. Was ist jetzt los? Jetzt schauen wir mal da drin. Extra-Court-Ballon. Oh ja, ist ein alter. Oh, ist schon ein paar Mal gefliegt. Meine Güte. Unser Werkstattrad. Was immer draußen steht für die Kunden, wo wir ein Werkzeug drin haben, wenn die Kunde selber schrauben möchte oder irgendwas festziehen mag, es steht Werkzeug drin, das kann er dann benutzen. Und nette Kunden legen es auch wieder zurück. So wie sich das gehört eigentlich. Hier haben wir auch ein bisschen Öl. Für alle, dass sie sorgt. Hier die Ablage für die Öl. Kettenvliesfett. Wäre schön, wenn dann ab und zu mal eine Spende kommt. Kommt gleich lang. Und ihr seht mal alle. Aber eine schöne Mühle. Und noch eine kleine Klingellose ranmachen. Jetzt räumen wir es wieder ein. Eine gute Frage. Das Schloss muss wieder drum. Dann schlägt der Lenker am. Der Bandfeststeller fehlt nämlich leider. Das ist wirklich ein großes Mango. Ein Bandfeststeller. Hätte ich gerne. Den brauchen wir nämlich für so ein Rad. Ein Bandfeststeller ist ein Band, ein Stahlband, was um die Gabelschaft rum geht. An dem befindet sich dann ein Gewinde. Und hier ist ein Knopf. Quasi mit einer Schraube dran. Und jetzt zieht man dann zu. So kann sich die Gabel nicht wegdrehen, wenn man das Fahrrad abstellt. Das ist ein Bandfeststeller. Den gab es bis zu den 30er Jahren. Und danach halt nicht mehr. Also überall, wo so ein Knopf vorne drin ist, oder so ein Loch drin ist. Das ist eigentlich bis 30er Jahre. Vielleicht gab es auch in den 40er Jahren noch Einzeldräder, die so rumgefahren sind. War aber nicht mehr üblich. Deswegen war man eine geniale Erfindung. Man hat das kurz festgestellt. Und dann konnte man das Rad im Grunde genommen mit dem Lenker gegen den Hauswand lehnen. Und der Lenker ist nicht weggekippt oder so. Das Fahrrad hat das nicht umgefallen. Deswegen ist ein Bandfeststeller eigentlich eine sehr sinnvolle Konstruktion. Das ist quasi wie so ein Lenkradschloss, wenn du so willst. Und, ähm, aber, wird halt, vielleicht wird es wieder aufgelegt, ne? Mal schauen. Das ist halt irgendwie ausgestorben. Als Bandfeststeller Ersatz nehme ich dieses Schloss seit ein paar Jahren. Gut. Und, noch ein Ding, was ich lange schon mal machen wollte, ist, dass ich hier eine Spendenbox anbringe. Weil, äh, hier wird ja wahnsinnig viel Werkzeug immer geklaut. Das ist regelmäßig nachzufüllen, eigentlich, ja. Und das Öl wird ja auch immer genommen und umsonst, sozusagen. Und, ähm, das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Bloß mir ist noch nicht das passende in die Hände gekommen. Aber ich werde einfach aus einer, einem Lampen, also hier, wie ich hier so einen Blumentopf draus gemacht habe, ist ja eigentlich für Blumen hier, dieses Ding. Ja, da stecken dann auch manchmal Blumen drin im Sommer. Aber, genau so werde ich jetzt, äh, eins hier an die Seite noch anbringen, als Spendendopf. Schaut da gleich mal, ob ich was geeignetes finde. Also, hier habe ich nochmal so eine Lampe, mit dieser Fassung. Und wie man daraus jetzt so eine Spendendose baut, zeige ich euch heute. Das ist mein Video für heute. Wie gesagt, wir basteln jetzt mal ein bisschen mehr, weil das ist wirklich wenig zu tun. Ihr seht, jetzt ist es bis jetzt so schöner da gewesen, außer jemand, der die Luftpumpe benutzen wollte. Und deswegen, bastel ich heute schon, bastel, 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 sozusagen. So, dann schaut mal zu. Jetzt zeige ich euch, wie man daraus eine Spardose baut. Oder eine Spendendose, die man ans Fahrrad machen kann. Ganz simpel. Ist mir gerade eben eingefallen, aber ist, glaube ich, trotzdem simpel. Was ist da? Müll? Oder Abschleppwaren? Ja, du weißt das schon. Also, wir haben dieses Teil hier. Lampe, und die muss halt mit so einem Verschluss sein. Das ist wichtig, weil ja ansonsten jeder reingreifen oder so. Ja, wir haben den Reflektor, der ist vorne raus. Das Innenleben fehlt halt, deswegen, und verbeult ist sie, und die rissen hier. Deswegen kann man sie nicht mehr, man könnte sie jetzt wieder hinbeulen und so, und entbeulen. Das machen wir dann in zehn Jahren, wenn sie noch wertiger sind, die Lampen, und noch seltener. Jetzt beule ich erstmal den Rand hier aus, weil der hat hier auch eine Beule drin. Tja. So, grob ausgebeult ist er. Herr, bitte. Hallo. Sieben Zentimeter. Ja. Ich komme heute nicht klar mit den Fahrradpunkten. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ob das passt. Passt überall. Ich glaube, wenn die Warenzeige stimmt, dann bleibt das Klappchen im Schlag. Weiter geht's. Das verschließt sich noch wunderbar. Jetzt brauchen wir was hier, was das abdeckt. Machen wir hier so einen Deckel. Sieben Zentimeter brauchen wir, oder was viel geiler ist natürlich für den Fahrradladen. Na, wisst ihr schon was? Na, wisst ihr schon was? Mensch, na, haben wir das schöne zur Auswahl. Welche nehmen wir denn? Das löchrige hier. Das finde ich cool. Das nehmen wir. So, das bürstigt das erstmal aus hier alles. So, und jetzt ein simpel, schnappen wir uns den Kranz. Und legen den hier drin. Die sind ja so eine Zacken drin. Die bürgen wir so hoch. Die bürgen wir so hoch. So, haben wir. Na, super. Jetzt werden die ganzen Laschen umgekrempelt hier. So, jetzt werden die alle noch mal platt geschlagen. Dann haben wir eine Spardose. Kann man übrigens auch als Lampe bauen, so. Sieht doch geil aus als Grill. Einfach als Grill, völlig rustikal. Sieht doch geil aus. Spendenkasse fertig. Da kann die Spenderin. Man kann es immer noch als Lampe benutzen. Alles nur da, alles nur dran. Spende. Oder für Steckblumen. Trockenblumen. Ja, fertig ist es. So sieht das aus. Das werde ich jetzt einbauen. Und wir dran schreiben, ein kleines Schild machen. Spende hier. Hier. Und hier. ja fertig ist dran was sagt er dazu findet das eine gute idee oder wie gesagt geiler scheinwerfer ist es sowieso das könnte man eine idee dahinter ballern oder so ein led ding so moderne könnte man in die mitte drin sitzen einfach diese kleinen aber eben auch als spendentopf ideal geeignet man kommt nicht rein man kann es nicht hier durch die dornen hier dran kann man auch das geld nicht einfach so auskrabbeln so also natürlich muss ab und zu gelehrt werden wenn man wenn die dinge bevor voll ist muss ich gelehrt werden wahrscheinlich nie im leben voll werden gucken wir mal keine ahnung wie geht es hier noch ein kälter nicht daran machen wiesig nicht immer einfach hier so ein aufstecker auf hier so hat hier so steht sie immer an der straße wenn man hier aufschreibt werkzeug da spende da und sagt eindeutig jura werkzeug da spende da der schrott ist weg der schrott ist weg und holzheit bekommt schön schön trocken freut man so schlecht arbeiten sieht wieder drüben im friseur nehmen an ort dem fußboden verlegt das sieht aus wie scheiße linoleum boden verklebt sieht aus wie scheiße komplett rausreißen im mister kann es ja nicht kein mann bieten furchtbar zum thema fahrrad was haben wir hier speichenbruch speicher wurde schon raus gedreht offensichtlich nehmen die kette runter hängen die darüber beziehungsweise hier hat man sogar so ein kettenhalter am armen dran der sich fragt wofür das ist kann man die kette auch jetzt die speichellänge bestimmen so ich habe die speicher eingesetzt alles wieder drauf schauen wir das hier noch kurz fest bisschen nachzentriert so wo noch ein bisschen zentrage aber jetzt müssen wir auch erstmal den bremsgelag hier einstellen gleich gesagt mach ich gleich mit ist ja einfach nur im bremsgelag einzustellen zum zentrieren kann ich das ohne die brauchen dass es schön eng steht und da wird das noch mal geguckt hier noch das schlägt dann schön ich habe die ganzen fransen gerade abgebrannt nicht wunder da reichen wir total aus die franz schon so er läuft doch einwand frei der mantel wubbelt ein bisschen aber wie gesagt der mantel wubbelt ein bisschen weil da kommen wir schon die fransen rot der ist zu ersetzen eigentlich fertig das wort so ich habe lotto gespielt und ich habe meine zeitung gekocht die coolsten typen der welt hier habe ich ja schon mal gucken ob es mit dem lotto klappt daumen hoch alter schwede ich weiß ja nicht was jetzt drin ist gerade am jackpot aber ich glaube ich sehe zu haben über 10 millionen ich habe nichts mehr frei ich habe eine lampe gekauft ich habe eine lampe gekauft ist das gut warte hast du bekommen das man sollte sich mal aufkunden ja wir haben wir beizuge nicht strengter was für holz hä, was für holz gerade frisch eingetroffen claudia der maus lieferer positiv negativ hatten du ein auf und ab der gefühle hast du zwei das ist eh ne kannst du vergessen musst du nicht du machst sogar sport ja die hahn legt keine eier papa streng deine zunge raus richtig okay das tut man nicht das heißt ich liebe dich lichter sand na endlich das hat so lange gelehrt ja 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 Papa, Papa Thomas und ich Papa Willen, ich meine Papa Thomas. Ja, also Papa Willen auch, stimmt ja irgendwie. So, Licht haben wir wieder, Leute. Wir haben ja keinen Stress. Nächstes Mal habe ich wirklich andere Magen mitgebracht, die du auf alle Fälle noch nicht hattest. Das ist ein Gips. Oh, Foto, Foto. Foto. Das ist eine DDR, ja, Kommission. Oh, Mann, das ist. Oh, das ist ein Gips. Oh, das ist ein Gips. Ja, guter Mann. Das geht so nicht. Was ist denn das da? So geht das nicht. Also muss ich es nochmal ausbauen. Doppelte Arbeit. Ehrgellig. Hat man nicht gesehen beim Konto. 600 Euro. Stromnachzahlung für den Laden. 600 Euro. 600 Euro. Über 600. 200 Euro. 500 Euro. 700 Euro. 50 Euro. was mache ich morgen eigentlich müsste ich morgen weil nimmt hier wirklich langsam überhand mit dem ganzen kram und trödel und alles ich müsste morgen eigentlich ein aufräumtag machen von morgens bis abends waren es zu ich kann aufräumen das ist mir so schade hoch den tag hoch mit meiner familie also ich räume immer schon nebenbei so ein bisschen auf arbeiter kann ich ihnen kann keine großen sachen machen große sache wäre zum beispiel immer hier eben alles einmal raus durchsortieren wirklich handlos wegschmeißen ordentlich immer durchfischen fähigen fertig nebenan den keller hier ausräumen gleiche durchsortieren und wieder bin ich weiß nicht was ich das machen soll ich muss ja schneiden jetzt sind richtig viele stunden wieder material also wir sehen uns genießt ihr feiertag morgen liebe leute und wir sehen uns dann spätestens übermorgen wieder vielleicht ja morgen mit einem kleinen video also machte tut bis dann tschau euer tommy